Hi ihr Lieben, willkommen bei Yesylicious. Heute gibt es lecker Hühnchen im Parmesan-Knuspermantel und als ob das nicht schon lecker genug wäre, werden wir das Ganze noch mit einer leckeren Mozzarella-Knoblauch-Kräuterfüllung versehen. Und mit genau dieser Füllung fangen wir jetzt auch an und da brauchen wir noch neben Mozzarella und Knoblauch noch Petersilie, Thymian und Salz. Als erstes schnappen wir uns den Mozzarella und schneiden ihn so richtig schön klein. Einfach so kleine Mini-Würfelchen draus machen. Dann brauchen wir noch den Thymian und dazu müssen wir uns zuerst einmal noch die Blätter abzupfen. Ich zupfe jetzt einfach mal so viel ab, bis ich ungefähr einen halben Teelöffel habe. Rein damit und weiter geht's mit dem Knoblauch. Den hacken wir, wie so oft, so richtig schön klein. Und die Petersilie wird auch klein gehackt. Und bevor ich jetzt gleich mit der Füllung weitermache, hacke ich jetzt noch ein bisschen Petersilie, die ich für den Knuspermantel brauche. Bei der Petersilie könnt ihr den Stängel natürlich mit benutzen. So, jetzt geht's mit der Füllung weiter. Da geben wir jetzt ein bisschen Salz dazu, mischen das gut miteinander und dann wird's erstmal zur Seite gestellt. Weiter geht's mit der Knusperpanade. Dafür brauchen wir Knoblauchpulver, Salz, Paniermehl, Parmesan, Pfeffer, italienische Gewürzmischung und die vorhin vorbereitete Petersilie. Und das müssen wir einfach alles zusammengeben und mischen. Also rein mit der italienischen Gewürzmischung, dem Pfeffer, dem Knoblauchpulver, dem Salz, der Petersilie und jetzt fehlt uns nur noch der Parmesan und den müssen wir jetzt erstmal reiben. So sechs Esslöffel sollten genug sein. Die genauen Mengenangaben sowie das ganze Rezept, das findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt. Jetzt geben wir auch den Parmesan dazu und mischen das Ganze. Jetzt kommen wir zu den Hähnchenbrüsten. Die schneiden wir seitlich einfach so auf. Und so sollte es dann aufsehen. Also ihr solltet eine schöne tiefe Tasche haben. Und da füllen wir jetzt unsere Mozzarella-Mischung rein. Zwischendrin immer schön ein bisschen nachstopfen und andrücken, damit auch schön viel reinpasst. Und wenn wir das Hähnchen gefüllt haben, fixieren wir das Ganze mit Zahnstochern, damit uns die Taschen beim Backen nicht aufgehen. Um unser Hähnchen jetzt noch panieren zu können, brauchen wir zwei Eier und die verrühren wir jetzt erstmal zusammen. Dann tunken wir unsere gefüllten Hähnchenbrüste da rein. Und wenden sie in der Panade. Schön rundum damit bedecken. Und damit die Panade auch schön dick wird, kommen sie jetzt erst nochmal in die Eimischung und werden dann nochmal in der Parmesan-Panade gewälzt. Rein damit in eine gefettete Auflaufform. Wenn wir beide paniert haben, mischen wir etwas geschmolzene Butter mit Olivenöl und beträufeln damit unsere panierten Hähnchenstücke. Erst auf der einen Seite, dann drehen wir sie um, drücken da jetzt noch die restliche Panade, die wir überhaben, an und beträufeln auch diese Seite mit der Butter-Olivenöl-Mischung. Nun kommt das Ganze bei 180 Grad Umluft in den Backofen. Nach circa 20 Minuten holen wir das Ganze raus, packen noch ein paar Tomaten mit rein und dann kommt es doch mal für circa 15 Minuten, bis die Hähnchen schön goldbraun sind, in den Backofen. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Für diejenigen, die wissen wollen, wie es innen aussieht, schneiden wir jetzt mal eins an. Ich hoffe, wie immer, das Video hat euch gefallen und wenn ja, Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Und gerne auch teilen und liken und Bilder zu schicken. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald!